ach so okay das ist ja geil man kann man muss nicht fix man auch zwischen den zeilen es machen hier gibt es diese balken boden treppen einzelne sachen deswegen einzelne sachen ja cool dann kann ich ja ja dann go ihr könnt doch so halb machen ist voll geil hier kann ich gebaut denn ja im scheiß altar oder was doch aber hier geht ich muss erst mal so die theater spielen das schaffst du nicht spiel tetris durch tetris ist anscheinend jetzt durchspielbar wurde gezeigt betät es jetzt nicht schafft loser ne das ist anders falsch hier im baumen hast du gefühlt zwei frames irgendwie ne scheiße warte ah warte wenn ich ein bisschen höher machen will warte mal kann ich eine halbe wand bauen euer bäume rechner ist sicher älter als deine wenn es halt scheiße läuft wie fand ich ein kram gut ist ja es beim bauen ein bisschen bild sonst geht es halt probierst halt probierst halt wenn du in diesem diesem schema drin das ist ja oft so auch bei arg und so dass es komisch ruckelt aber es geht musste testen musste testen abonni 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 Ich wollte es ein bisschen höher machen, aber es ist eigentlich hoch genug. Der Char ist nicht so klein. Ja, so groß. Okay. Ein bisschen Holz. Ja, geht bestimmt bei dir. Und es kommen auch bestimmt noch ein paar Anpassungen mit der Zeit. Denn, ähm... Ich glaube, die Vulkan-Engine ist auch nicht so wild bei so älteren Karten. Einmal mal testen. Du hast sie eh schon geholt. Ich habe sie gesehen. Testen. So. Ja, bei einem von euch beiden wird es ja gehen. Allein weinen sie nicht, ob ich alt werde im Game. Dann ist mir langweilig. Ach so, warte. Ich habe es falsch. Irgendwer hat es... Ich habe gekämpft mit irgendwas. Ne? Nicht nochmal, hau ne. So. Geht das auch? Ich kann hier alles abbauen. LOL, was das für einen riesen Felsen-Euler. Fuck. Du machst aus zwei Steinen hundert Blöcke. Das ist schon... Das ist mal realistisch. Brauchst Kekse für ein Maschinengewehr brauchst du zehn verbesserte Metallplatten. Beim Pal World. Zehn Barren. Wie soll... Wie tust du denn zehn Ballen in so eine scheiß... So eine scheiß Waffe da rein? Das ist wieder weg. Lass es doch markiert. So. Aber ich finde es interessant bis jetzt. Das ist... Ähm... Komplett unterschiedlich. Das ist geil. Gut, automatisch alles reparieren, oder? Jedes Mal, ja. Okay, cool. Kann man machen. Instant herstellen. Main. Zack. Eins. Tab. So. Wie machen wir denn so eine... So eine... Nein, ich habe jetzt... Oh. Wie machen wir denn so eine... So eine Leiter nach oben? Hier so, oder was? Oh nein. Oh Gott. Gibt es dann so halbe? Oder so? Würde das so bauen? Geht das noch so nach außen? Ah ja, okay. Das ist... Aber es gab doch irgendwo halbe hier. Aber es ist doch zu fett. Aber es ist doch zu fett. Okay. Okay. Ah, jetzt habe ich da rechte Maus. Ich habe übrigens weggetan. Scheiße. Ich habe rechte Maus. Da hast du nicht drückt und du es sofort abbauen. Und du hier reinkommst und sofort hochgehst. Hier den Eingang machen. Rein, hoch. Oder ein bisschen weiter nach vorne. Ein bisschen weiter in den Eingang. Oder hier rein und dann kann man auch... Ja, das war doof. Ich will schon hier rein. Aber rein und dann nochmal rüber gehen zu müssen ist kacke. Aber rein und so komisch zu gehen zumindest ist auch kacke. Die Treppe mehr in der Mitte ist auch scheiße. Wegen zu viel Platzverbrauch. Aber ich probiere erstmal wie es ausschaut. Ja, entfernt doch. Ja, sonst will er mal alles entfernen. Jetzt will er nicht mehr entfernen. So will ich nicht entfernen, das? Okay. Kommst du hier hoch und kommst da rein. Okay. Ich weiß dann nicht, ob es besser ist. Inwiefern lass dir halt hier ein bisschen mehr Platz, wenn du reinkommst. Du musst jetzt nicht so eng. Okay. Phoenix, ist das hier jetzt richtig? Hey, ich hab doch ne... Ich hab keine Fackel in der Hand. Jetzt eine Fackel in der Hand. Als ob ich jetzt nachts weiterbauen würde. Wenn ich das Ding wechsle, sehe ich ja nichts mehr. Okay, dann kommt er nicht mehr runter, okay? Gut. Wir schlafen. Kann man hier auch schlafen? Also, dass die Nacht weg geht? Jo, was ist das? Ähm, ich hab halt kein Bett oder sowas. Ich weiß auch, ist grad nicht V, oder? Äh, ich hab kein Bett gelernt. Zauberstab, Holzfeil, Keule, Fackel. Ich hab kein Bett gelernt oder sowas. Ich bin auch am Anfang hier. Alt. Gedrückt halten. Das hier. Äh, und sieben. Ah. Hm. Ah. 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 Ja, dann habe ich mein Haus eigentlich jetzt gleich fertig. Zack, das war's, Haus fertig. Wenn man noch mehr will, kann man es selber bauen. Ja, na klar, was für eine Scheiße hier. Oh mein Gott. Ne, Tab, müssen wir mit der Steuerung ein bisschen zurechtkommen noch hier. Hier, so, zack. Escape, das. Sechs. Jetzt ist es fertig. Haus fertig. Wie ist hier, Halt hier drin. Fullstone Bau, ja, wenn du willst, kannst du es verbessern. Das ist für mich das perfekte Haus in deinem Spiel. Schöne kleine Halle, schön gerade und ich kann alles hinstellen. Falls die Decke nicht zu klein ist, wie macht man eine Tür? 1, Tab. Das geht doch bestimmt nur aus Holz oder Dächer, Terrain. Krass, ich kann, ich kann, ich komme halt mit diesem Mausrad nicht klar. Ich, 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 es ist halt, es überspringt manchmal was. Ja, du kannst hier nicht, du kannst nicht das nächste anvisieren. Allein. Es halt lassen den auch nicht. Ich kann nur versuchen mit gut Glück an das Ding heranzukommen. Kann ich vielleicht Holzblöcke machen? Stühle Fenster Unten stehen Wette Ja Landfasen gar nicht, das ist okay Dekoratives Objekt Bietet Komfort und erhöht die Dauer des Ausgeruht Buffs Leiter, Garn, Miasma Sporen Miasma Holz Greifhaken Miasma Sporen Metallschrott, Garn Ui Kann ich hier Fenster rein machen? Ne, warte, ich hab doch Fenster gebaut, oder? Hier Sieben Hä? Oder tust du das einfach so lieblos da rein, oder was? So? Okay, das ist von innen geklatscht So ist es von außen, oder wie? Ne, ist es schon drin, oder? Ja, ich glaube, es ist schon so mittig Kann ich gar nicht mal rausschießen hier Herstellen Fensterbräuch Holz Lichtquellenkärte Wachs Primitiver Holztisch Plus Komfort 1 Ah, Ausdauer des Ausgeruhten Buffs Okay, man braucht Komfort Bett ist Komfort Das ist Komfort Steine holen wir uns in eine schöne Vorherstelle Ja, okay Ist halt Komfort, das Verstehe ich Nicht zu weit weg Hier sind, oh, da sind böse Leute da Zwei sogar Easy Miasma Sporen sind das Was hatte ich eben gebraucht Miasma irgendwas Ich gehe mal kurz im ersten Gebiet rein Vielleicht finde ich da irgendwelche Sachen Wichtig sind Da kann ich irgendwas aufsammeln hier Was ich brauche Okay, ich kann aus dem Jasma Gebiet Keine Schnellreise machen Verstehe Hey, hier geht keine Schnellreise Okay Aber von hier, oder? Jaja, geil Da kann ich aber nicht zurückborden Das ist, das ist nice Das ist nice, my friends Pilze hier, oder was? Nee Miasma ist also Auf einmal ist auf der Welt So eine Art Nebel Und der frisst alles auf Da kann man halt nicht leben Das wird halt immer größer Wahrscheinlich die, die im Nebel Sind Sind halt auch so Untote Man kennt sie halt Von Anderen Spielen Untote Hey So ein Ziel suchen Das starb ist schon böse Wie ist das eigentlich mit dem Bögen? Wie ist das? Holzpfeile 7 Und ein Feuerpfeil Okay, kann ich mir aussuchen Geil Wacht Holz, Holz Ah, ne Kiste Bandage Kann auch die Sachen hier alle nicht Sorry, ich hab irgendwas gedrückt, Leute Kann ja auch alles kaputt machen, weil ich böse bin Ja, aber die Lootkiste nicht, oder? Ich mach Schaden bei dir, aber kaputt ist sie jetzt nicht Bin ich im ersten Mal drin hier Wenn ich klettern Wie, die kann sich nicht hier hochheben? Boah, das fand ich so geil in einem anderen Spiel Du kannst überall hochklettern Hier ist irgendeine Schriftrolle wieder Stürzungsverderben Wir lieben hoffnungsvoll Wir lieben hoffnungsvoll Nee, auf die Verheulspitze fiel Hielten wir durch Möge diese Heimat Letzte Wacht der Glut Und Glut in uns ein leuchtendes Zeitalter Geleiten Ich tue mich irgendwie schwer bei dem Lesen Dass ich irgendwie bescheuert bin Das ist immer so altmodisch geschrieben So, 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 so seltsam Anhandereine Wörter Ich fühle mich immer sehr schwer beim Lesen Wie ist da nichts? Okay, das ist einfacher Ja, auch Auto-Aimli, oder? Ich war vorhin unterwegs Zehn Minuten haben ganz viel gesammelt Jetzt bin ich viel länger unterwegs Ach, hier ist sogar ein Ofen Hatte ich denn schon gebaut? Feuerstelle Höh, wann habe ich ein Ding gebaut? Ich dachte, ich farm jetzt für den Ich saw the farming for this Was ist das? Ach, für Haken Für Enter-Haken, glaube ich Stimmt, für den Haken ist das hier Wenn ich drei drücke, dann schießt er Kuh Okay, wenn ich nochmal anvisiere Den Bogen, wie schießt er? Dass das wird Ein gefährlicher Abgrund Und du benötigst einen Greifhaken, um ihn zu überqueren Was für ein gefährlicher Abgrund Feuer, Steinpfeile, Haltrank, 200 Lebenspunkte und Holzpfeilen Na klar Nehmen wir alles mit Ich fall schon hier Bisschen, ne? Gleich fliege ich wieder hier runter Weil ich keinen Gleiter hab Ich hoffe, der Nebel tut sich nicht ausbreiten Ausbreiten zu unserer Basis Das wäre ja blöd, sowas Sammeln noch ein paar Ressourcen Dann kann ich noch so etwas machen Das ist krass Wird immer schneller irgendwie Wann kann ich denn wieder skillen eigentlich? Hier Ich wollte noch mehr skillen Sieben Bisschen Gesundheit So Und sagst du, Wurde Ist das was für dich? Bist ja Ähm Du hast einen wilden Geschmack, sag ich mal Ich muss nicht sagen Sehr speziell Das ist eine schöne Brücke hier Ja, wo man runterfallen kann Rottpfeile Man kann auch so schießen So ist der besser Das ist ein Geräusch Backel Kein Gegenstand F alles nehmen geht nicht Das ist fies Da ist nichts drin Das ist fies Tritt Glauben wir es zum essen machen Wir bauen eine Fallstelle zu hause Mal schauen 150 meter 120 meter wie lange bleibt dieses diese dieser dieser punkt wo ich zuerst gestorben bin denn ich die sachen gerne habe ich schon im jasmas darf da habe ich schon im jasmas darf da feuerstelle habe ich schon hier sieben ist die klein doch dies riesig kochen platziere nahrung in einer aktionsleiste wähle sie aus und drücke linke maus um zu kochen mal hier rohes wolfs fleisch rohes wolfs fleisch rohes fleisch rühwürmchen habe ich hier oben da zum kochen halten jetzt kann ich das ich habe schon gesehen das ist her jetzt noch mal beim ersten mal schon fertig gegrillte fleisch und wir hier pilze geht auch fertig jeden einzelne jetzt verstehe ich da tut keiner helfen hier sind meine tiere wenn man sie braucht gegrillter roter pilz das ist interessant so reicht auch wieder komme ich hier raus so einfach bewegen nicht besonders schön aber nützlich wenn es darum geht einen schutz gegen die elemente zu zu errichten ich würde gerne eine kiste errichten gebratene rippchen waren früher eine delikatesse die zum anwender örtlicher menge konstitution gewährten benutzen yo schaut euch mein leben an oha das ist heftig mein leben ist ja jetzt riesig das ist geil wo ist das ach die ist doch noch roh wo ist das ich habe doch noch ein gegrilltes fleisch pilze zwei intelligenz ist wie feuer für 20 minuten wo ist denn das andere ja aber ich habe ja noch ein anderes fleisch zwei arten von fleisch gegrillt wo ist denn das hin roh roh wolfsenfleisch hier für lila beeren glühwöhrmchen alt lang lunen welche magische energie aus der umfeld anziehen und speichern werden verwendet um waffen zu verbessern okay erst mal spiele seltene energie im moment scheint es noch nicht sehr stabil zu sein aber vielleicht kann sie gezähmt werden ich gehe noch mal kurz hierhin noch mal also ich vorher da gesessen bin was geiler irgendwie auf der anderen seite hatte ich direkt ins fleisch jetzt tue ich es ja jetzt tue ich es ja irgendwie so hin halten in die wand einfach in event oben links sind die buffs ich sehe schon es kann sogar noch einer sein gegrillte fleisch kommt dann aus gegrillte so wollen fleisch unterschied schon wegen den buffs also ich habe einmal bild war ich habe fleisch um links also ist dieses zeichen pils und fleisch was so runter geht jetzt in der tasche gegrillte fleisch reichen eifers und lecker aber nur ein kleiner snack gehört die konstitution des benutzes ein wenig jetzt das will ich ja fast verdoppelt wenn ich das dann esse wäre doof wenn es jetzt verändert wäre heil ach hier ordentliche menge an konstitution ich will da kisten oder sowas haben das war schon cool wie hell es hier ist besser haben wir noch ein loch hier rein boah büren da brauche ich erstmal da gibt es mehrere guck mal metallschrott welche taste kann ich ja drückt dass ich das so habe türen ah hier dann herstellen einmal ich habe leider nicht für zweimal bauhammer baugerüst oh schau mal baugröße machen dass man irgendwo hoch kann weil der char kann sich ja nicht hoch hochklettern so alles bauen damit sein komfort halt damit er sich besser fühlt so dass man sich hinsetzen kann links rechts oder so kann man sich auch hinsetzen ans fenster ob er ausgerutschte plus elf je mehr komfort hier drin desto desto besser fühlt er sich ah ja desto besser fühlt er sich klar 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 fisch freistelle stühle ist auch komfort bei zwei hocker ist zweimal komfort oder was zwölf minuten ne ist nur einmal ich kann aber nur aufnehmen ich kann mich gar nicht hinsetzen irgendwie aufnehmen also ich habe einen stuhl da und fertig ist da ja ich habe zwei, dass ich zwei da Feuerstelle ist da was braucht er noch um sich wohlzufühlen? ein Bett oder? ein Bett bräuchte noch gar nicht stoff fetzen das kann ich glaube ich in der hand so herstellen äh mit V Bandagen Garn Pflanzenfasern und ähm Zauberstab Schilde, Keule, Bogen, Holzpfeil Spitzsacke, Lagerfeuer, Garn Bauwerkbank Hier nochmal Ein paar Komfortsachen hier, Gleiter, das will ich haben Miasmerholz Ah ja, habe ich ja fast alles dann gleich Tisch, Feuerstelle, Stühle habe ich Türen, muss ich noch ein paar bauen Fenster, muss ich auch noch ein paar bauen Primitiver Holzzaun Ah hier, Geschirr, ist das? Ja, aber eins kann ich bauen, ist leider nicht plus eins Leider nicht plus eins Hey Ich brauche halt hier ein Blech Eine Kiste will ich bauen Eine Kiste, wo ich was lagern kann Ich dachte, ich kann nicht bauen Okay Waren noch viele Fenster Was war bei Fenstern nochmal? So, nur Holz A6 Zack Okay Kiste Ich muss da eine Kiste bauen können, weil ich was rein tun kann Bauhammer, Steinblock, Steinbocke, Teaterblock Stauraum Heißt das Winzige Truhe Kein Slot im Rucksack verfügbar Okay Ja, aber gleich Bis durch die Wand, oder was? Okay Öffnen Ja, ist schon winzig Was ist, wenn ich jetzt hier mache? Stapel ablegen Stapel nachfüllen Alles nehmen Alles ablegen Mal mal alles ablegen Geht eine Kiste auf So Okay Gut Sehr, sehr wild Ich habe die Gebaut Die zweite Er hat mir gesagt Ich hatte nichts frei Jetzt habe ich was frei Okay Ablegen Gut 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 Was Konditionen Ausdauer Kann ich denn Ne Mit einer Taste Umschalt So Ja, ja Habe ich Ja, ja Okay Okay Habe ich Holzschüssel Habe ich drei von denen gebaut Was ich jetzt wissen will Kann ich aus der Inventar Craften Eh nicht, oder Wenn ich jetzt Alles im Inventar habe Wenn ich jetzt hier craften will Habe ich 0,0,0,0 Ich muss die Sachen in Silventar nehmen Das war halt zu schön Im anderen Spiel Das war halt zu schön Du tust in den Kisten und kannst dann daraus craften Überall her Dies war halt zu schön Um wahr zu sein Nimm ich die Sachen wieder auf Die ich Zumindest jetzt brauche Keule Egal Konig Wasser Ich baue jetzt eh nichts mehr Vantage ist immer gut Aber ist das auch nicht zum Bauen gedacht Oder so Baffe ist immer geil Für Wolfsfleisch Hier habe ich glaube ich noch Material Ja Holz Knochen Äste Holzpfeil Feuersteinpfeil Lohnen Am ersten Mal Sporen Ich brauche halt noch mehr von den Sachen Deswegen gehe ich halt farm jetzt schnell Zauberstaub Ich habe mir eh Zauberstaub Und da ist der sehr stark So Haben wir den Baum getötet hier So war die Ausdauer wieder Instant da Hä Ah das habe ich jetzt auch Die Ausdauer wurde verbrochen War instant wieder da irgendwie So habe ich zwei Zwei rein hätte da Ich habe zwei rein Oh großer und kleiner Kreis Mini aufgefallen Ja nicht hingeschaut Okay aber die zweite Füllt sich nicht ganz irgendwie Das ist geil Wenn man das noch erhöhen kann 20 Reihen Ausdauer Das wäre geil Das wäre Very interesting Ist ja schon Mit wegen dieser Quest schon darunter Reise Finde den schlafenden Überlebenden Können wir schon machen Wollte man so einen Gleiterfeuer bauen Wollte man so einen schönen Gleiterfeuer bauen Können wir machen Hier können wir zumindest runter Hier ist so ein Weg Ich glaube ich bin ja auch nachts irgendwie gestorben Vorhin Okay hier ist immer so Nacht Okay hier kommen wir mal hoch Wir können halt nur fünf Minuten hier bleiben In dieser Zone Das Ding ist Was kann man denn hier abbauen Erstmal Flüssigkeit Das kann man abbauen Okay Und das hier Was ist das? Gar nichts Flüssigkeit Flüssigkeit Ich habe auch einen Ring bekommen Rechte Maustaste ausrüsten Charakter war Charakter war Taste N Okay Hier Mehr Ausdauer Mehr Lebenspunkte Geil War von dem schon mal geplündert hier Sanduhr Sanduhr Kapsel stellt deine verbleibende Zeit Mehr was wieder her Sie wird bei der Verwendung verbraucht Und kann nicht mehr verwendet werden Achso ich mach's ja jetzt einfach Geht noch auf vier Minuten Na fünf Minuten Aber egal Und die regeneriert auch nie wieder Oder was? Was kann ich denn hier farmen? Kann mit dem auch blocken Das Ding ist Apropos blocken Ich habe kein Schild mehr V Schild Herstellen Rechte Maust Nee Rechte Maustaste ausrüsten Oh Nee N war das Also ich habe Schild Wenn ich jetzt das habe Ah ok ok Bis er zweiernd ist Das ist ein Glühwürmchen Finde den schlafenden Überlebenden Ah hier Das ist Oh Das war das nicht in Elden Ring? So ein Ding Was da geflogen ist? Wo du hin musstest? Ich bin nicht mehr im Jasper Oh Ah Ausgeruht Geil 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 Und hier So hell Na klar Glühwürmchen Wärme Schutz Sitzen Schlafen Komfort Ja ja Hier wieder lesen Ein neuer Marker hinzugefügt An all die Augen Auf mein wunderbares Nein Lass mich doch einmal beginnen An alle Reisenden Meine Großartigkeit Hat dieses Gebiet erobert Nein ich fürchte Das ist auch nicht richtig Die Brücke ist fast fertig Und ich finde Verdammt noch mal Keine Worte Um meine Freude auszudrücken Was für ein Glück Das ist eine Mine Die uns so nahe ist Solche Reichtümer An Erz liefert Aber es ist sicher Ich werde diese Brücke Nach meiner lieben Verstorbenen Tante Das 5. Grades Brelle nennen Ich bin mir allerdings Nicht sicher Ob ich die Ob sie sich Geschmeichelt fühlen würde Wäre noch Sie ja noch am Leben Denn sie Und die Brücke Haben nicht nur Den gleichen Namen Sondern dieselbe Raue Natur Gezeichnet Kate Horton Ja Nachgeschwindigkeit 60fach Okay das Ding ist weg Also wenn ich schlafe Nachgeschwindigkeit 60fach Sehr geil Okay Nimm noch so ein Fleisch Hier Damit der Buff Weiter hält Und nimm noch so ein Pilz Damit der andere Buff Auch hält Dann halten wir uns Diese zwei Buffs Halt oben Ich hab hier irgendein Ziel Gesehen gerade Hier war auf jeden Fall Irgendwas Ist hier irgendeine Rüstung Oder ne Ist die Mine Von der er gesprochen hat Diese Straße Blockiert Zur Überquerung Wird ein Greifhack Benötigt So kann ich mir Noch nicht machen Aber bald Ich hab nicht so viele Sachen mir fehlen Nur noch irgendein Miasma Gedönse Da Warte Das ist hier Ach Baugebiet Benötigt Ja Ich dachte Ich kann Ich kann So mit Mitten drin So ein Ding Bauen Erinnert nicht Schade 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 Fünf Metallschrott Kann ich mich nicht unten durchgraben Durchkämpfen Oder Holz Ist ja Ja also Was soll der Scheiß Haken Was für Haken Kunstvoller Holzbogen Klingt gut Drei Was soll man denn da Kraft sieben Kraft acht Hat der andere Aber der Förderfeilgeschwindigkeit Haltbarkeit Zweieinhalb Mal so viel Spannengeschwindigkeit Schneller anscheinend Ein Bogen der Spitzenklasse Inspiriert von Geweihen Man ist versucht Ihn Kunst zu nennen Okidoki Prima gleich mal Ich finde das Viel cooler Hier mit dem Magie Easy Elixier Plus 30% Schadensmultiplikator Minus 1 Liter Maximale Zeit Im ersten Boah 30% Mehr Schaden Was war nochmal Mit Wasser Konnexion Ausdauer Regeneration Hauen wir es doch rein Oder Vielleicht ist das Der dritte Buff Ja ist der dritte Buff Der fehlt Bisschen mehr Konditionen Ausdauer Passt du Easy Nochmal lesen Hier oben Schon wieder Stell dir vor Du entdeckst Versunkene Steinsonne Horizont Die von Erdhügeln Verdeckt Werden Sie strecken Sich in den Himmel Wie die Steinkalten Fingerknochen Eines Titans Das Zeichen Eines Verborgenen Grabes Die Treppe Im Inneren Für die Dunkelheit Mit der Fackel In der Hand Gleitest du Hinunter In die Ungewissheit In das Grauen Doch seine Sucht Treibt dich Tiefer Ein mobiler Schatz Der im Staub Verrottert Ruft nach dir Sind es Familienjuwelen Erbstücke Von fernen Ufern Was auch immer Es ist mein Freund Es ist das Fundament Unseres Reiches Der Grundstein Für eine Festung Die aus vergossener Blut errichtet wird Klingt gut Ich kenne Die ungefähre Lage Wenn du Die Suche Übernimmst Gerrit Teillichen Schatz Abgemacht Haben wir jetzt Neun Punkte Oder was Oh Kampfmusik Wo Oder Das war Ach da oben Guck mal Der hat Deine Armbrust Fahre in der Nähe Ja Sind wir jetzt Da hoch Ja Ich bin Dann Ich bin Ich bin Ich bin du bestandsmultiplikator ist wild ist da oben noch was? ne oder? war nur er doch da ist irgendwas da liegt irgendwas doch unbedingt den gleitern kann ich immer rumspringen muss aber diesen ah hier ist dann noch was ist die brücke ich mache diese ich muss diese überleben und finde ich dachte ich bin hier richtig aber irgendwie bin ich falsch ok ich kann links hoch und ich kann rechts runter aber links komme ich glaube ich mein hauptziel näher ich will doch mal wieder leveln hier ich will doch mal wieder leveln meine freunde was ist denn das hier so eine art templar oder was? euer ort markiert auf der karte hochweilen warte das klingt nach eigener festung von irgendwas hier schon wieder lesen äh die warten reichten bis zum finn ja sorry aber äh nicht so bock jetzt nochmal alles zu ich bin hier zum zocken nope ist denn noch so ein feuer oh was habe ich getan was ist das? so ein bonfire wie verwenden oh scheiße was mache was passiert? ich habe mich irgendwo hingeportet oder so wasser ok oh mein lieben ist nur noch halb wieso denn das? sehe ich gerade Nummer 6 ok man kann nicht über das ding heilen oder wie? 7? mit den bären geht es nicht weiter mit dem heilen mit dem schon mit dem bandage entscheid da ist wachs ok naja was kaputt machen dann alles? stein schon müssen wir alles kaputt machen hier bandage wachs nicht effektiv na klar metallplatten metallplatten eine werkbank ich baue hier in dem haus sachen ab ich kann hier alles abbauen hier das sind nur steine ich dachte das ist auch metall ich bin hier alles auf von mir das ganze haus zerstören Telefon manche türen sind versiegelt betätige den richtigen schalter um sie zu öffnen verwenden habe ich hirtenstab kraft fernkampfwaffe mächtiger stab die die derjenigen führen kann die sonst schutzlos werden magiestäbe können mit hilfe von mana zauber beschworen löste zauber aus um zu wirken so da brauche ich jetzt spezielle spells um das nutzen zu können oder wie zauber wirken keine munition ok das ist einfach so normaler zauber das ist was ist das zauberstab das ist ein hirtenstab ok ich kann ja noch ein bisschen metall holen stein doch das ist metall oder auch nicht ich mach da so ein fragezeichen hier so das ist diese schalter gehts raus yo hell gehts aber noch höher irgendwie die 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 die